Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll wieder. Ja, warum nicht? Kann man auch mal machen. Als Kind so eine Schlange anpacken. War es wenigstens eine nichtgiftige Schlange? Welches Bücherregal? Hier ist doch nur ein Bücherregal, oder? Da können wir uns nicht hindrehen. Ja, da ist nur ein Bücherregal. Sag mir, wie du mir helfen kannst. Ja, dann hat sie auf jeden Fall keine Angst vor Schlangen, oder? Ich muss ein Wort in das Gerät auf den Bücherregal eingeben. Vielleicht finde ich es irgendwo in diesem Raum. Warte, was ist das? Oh! Da ist ein Wort! Oh! Eine Kugel! Ich kann das nicht sehen! Ist das ein P? P-Y-R-E-E-P-Y-R-E-E-P-Y-R-E? Ein P. Wie kriegen wir denn ein P hin? P? Y. Wie kommen wir denn zum Y? Verdammt. Okay. Nee. B. Y. P. Jetzt sind wir beim R. Nein, andersrum. Nein. Nein. Nein, falsche Richtung. Jetzt fehlt noch das E. Wenn das jetzt das Wort ist, dann lache ich. Falsche Richtung. Püre. Es ist das Wort Püre. Was es auch immer heißt. Ein geschnitzter Holzbogen. Für Feuer? Wegen Pyro? Meinst du? Das könnte natürlich sein. Wo gehört dieser Bogen jetzt hin? Hier vielleicht? Nö. Wo könnte das? Also im Moment ist dieses Spiel extremst leicht. Was erstaunlich ist. Wenn man überlegt, ich habe in den ersten beiden Teilen für nur einen Raum so, so, so extremst lange gebraucht. Hallo, Chakas! Hi! Hast auch hier ihn gefunden. Du sollst auch mal ein bisschen gucken, wie ich hier in Rätseln ablose. Ich habe keine Ahnung. Wirst du es mir sagen? Feierabend! Schön! Genieß ihn! Das ist bestimmt Latein, Püre. Richtig? Ich kann kein Latein, leider. Nie gelernt brauche ich auch nicht. Wo könnte dieser Bogen hinkommen? Der hölzene Torbogen, den ich gefunden habe, passt sicher irgendwo hin, wo... Wo seine Seitenteile Platz haben. Wo seine Seitenteile Platz haben. Scheiterhaufen. Aha! Püre Scheiterhaufen. Interessant. Auf dem Kartentisch... Welchen Kartentisch denn hier ist? Ist eine kreisförmige... Lass mich doch lesen. Eine kreisförmige Platte mit zwei quadratischen Fassungen. Die könnte zu den Seitenteilen... Teilen des Holzbogens passen... Passen. Ist das der Seiten... Kartentisch hier? Du meinst aber nicht das da, oder? Doch, du meinst das da. Und jetzt? Da ist auch das Zeichen von Anfang wieder. Ja, Google Translate muss man nicht zu 100%... Aha! Es lässt sich drehen. Das kommt uns doch bekannt vor. Das kennen wir doch. Das ist doch kein Wahrzeichen. Wie heißt das denn nochmal? Und nicht eins der sieben Weltrunder. Klar bist du genauso wichtig. Huch! Wir müssen das irgendwie so verbinden, das ist alles. Und es darf nix doppelt sein? Es darf bestimmt nix doppelt sein. Oh Gott, wie machen wir das? Wir sollen da starten? Oder sollen wir da irgendwas draufsetzen? Kugel auf einem Stand. Du wirst mir einige Seppfeile hinter dem Vorderbogen des Kreismodels genauer ansehen. Huch! Was ist das? Was ist das? Jetzt werde ich aber auch wissen, was das ist. Hau raus! Noch ein Nagnet! Okay, aber das nützt uns inwiefern? Außer, dass das Teil schön aussieht, auch wenn ich nicht weiß, wofür das ist. Was ist das? Huch! Okay, Moment! Das schreiben wir uns auf! Wo ist denn mein Kugelschreiber schon wieder? Auf dem Boden! Den habe ich letztens runtergeworfen und dann hatte die Katze da Spaß dran. Okay. Geht's da weiter? Äh, diese Muster muss ich hinkriegen? Oder? Sind hier noch mehr? Nö, nur die drei. Okay. Äh. Nein. Äh, so? Aha! Da tut sich was! Ey! Ey! Da wird ein Schuh draus. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich den dritten machen soll. Das muss ich nochmal nachgucken. Erst so runter. Okay, jetzt weiß ich's. Ey! Wieso sind diese Rätsel so leicht? Es ist gruselig. Das gehört bestimmt zum Turm, richtig? Ach du Kacke. Was ist das? Eine kreuzfellige Fassung hier gehört sicher irgendwas hin. Aber nicht der Magnet. Doch, der Magnet. Und jetzt? Aha! Und jetzt? Auf der Kiste im Gesteinmodell gibt es eine Kiste im Gesteinmodell gibt es eine Kiste. Gibt es eine gravierte Messingplättchen? Gibt es gravierte Messingplättchen? Die sind bestimmt wichtig. Wo? Auf der Kiste im Gesteinmodell? Auf der Kiste im Gesteinmodell? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ach du Scheiße, das muss ich sortieren. Du sollst! Okay, das war der, der nicht ging. Du passt da hin. Da und da. So, das haben wir. Ein hölzernes Modellteil gefunden. Und was ist das? Einfach nur ein Gurt. Ich bin Gurt. Da vorne Bild und hinten Knurrt. Nein, nein. Ähm. Was war erschreckend? Dass das so leicht war? Da ist nichts. Das sind nur Sternzeichen. Drauf abgebildet. So sieht das zumindest aus. Das sieht aus wie der große oder kleine. Weiß ich nicht. Die Wagen. Und wie immer erkenne ich mein Sternzeichen nicht. Ich weiß nie wie es aussieht. Das sieht aus wie ein Y. Aber ich weiß nie wie wie ein Y. Y. Was mache ich denn jetzt? Warte. Wir können ja erstmal das Holzmodell zusammenbauen. Äh. Äh. Das ist hier. Oder auch nicht. Ja. Das denke ich auch. Wo gehört das hin? Ein hölzernes Modellteil. Es war zu leicht. Es war zu leicht. Viel zu leicht. Gehört das da hin? Ja. Warum frag ich so blöd? Was passiert jetzt? Eine Walfischflosse. Was machen wir mit dieser Walfischflosse? Auf diesem Stand gehört wohl etwas. Dein Arsch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab nix was da drauf passen würde. Ich weiß nicht mal was ich jetzt machen soll. Außer dass ich mir das Modell weiter. Gehst du wohl raus. Äh. Das Modell hier weiter angucken kann. Was ist denn mit dem Modell hier? Das Spiel wird wohl doch etwas länger brauchen. Äh. Gucken wir uns den. Äh. Auf der Kiste im Steinkreis Modell gibt es eine gravierte Messingplättchen. Das ist bestimmt wichtig. Ja. Welche? Ich komm hier nicht wo die Dings rein. Ich vergesse das immer. Welche gravierten Messingplättchen? Sag es mir. An der Schublade an der Unterseite der Kiste ist ein Symbolplättchen und auf einem der Pfeiler ist ebenfalls eins. Die scheinen mit der Steinkarte auf der Kiste in Verbindung zu stehen. Ach wenn du mir doch einfach mal sagen würdest wo diese ganzen Sachen sind. blind? So blind kann ich doch nicht sein. Auf der Schublade an der Unterseite der Kiste. Welche Kiste? Welche Kiste? Die Schublade vielleicht. Aber ich kann mir die Schublade nicht angucken. Ich kann sie nur auf und zu schieben. Moment. Entschuldigung. Auf der Medell. Nein Modell. Welcher Kasten denn? Wo ist ein verdammter Kasten? Sag's mir. Wo ist eine verdammte Säule? Ja? Kann ich mir die angucken. Da ist die Schlange, da ist die Eule. Die hatten wir vorhin schon. Es muss ja irgendwo auf diesem Modell hier sein. War bei der Schlange? Wo war denn die Schlange nochmal? Da war die Schlange. In der Mühle. Hier irgendwo was für uns? Aber wir konnten uns nichts außer die Schlange ansehen. Und an der Schlange können wir auch nichts mehr machen. Ich muss die Schieber der Sternkarte so bewegen, dass sie mit den Symbolen auf diesem Messingflätzchen übereinstimmen. Wenn ich dann durch die Linse blicke, erkenne ich sicher ein bestimmtes Muster. Also müssen wir doch hier hin. Hier hin. Da hin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.